Moin Freunde, Willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Cycle-Obi und sie spielen sie mit Halloween. Und dabei ist David. Hallo! Und ja, wie das Spiel schon heißt, muss man zu zweit die Obi machen. Du gehst nach oben und ich nach unten, ok? David, du musst die knapp verdrücken. Zack, Zack. Oh, scheiße. Ich bin runtergefallen. Oh no! Jetzt bin ich nicht mehr da. Zack, 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 zack. Und gehen hier. Guck, jetzt haben wir den ersten. Zack, zack, zack. Du musst drücken, zack, zack. Nein, David, du bist runtergefallen. Du bist jetzt wieder bei. Ja, du bist wieder bei. Ja, ja. Kamer David. So, da, wo ist du? Ich bin tot. Zack, ich bin tot. Ich bin tot. Okay, nochmal. Ich bin auch wieder runtergefallen. Go. Go! Okay. Los. Zack, 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 zack. Jetzt mach ich hier die Sachen auf, so dich. Okay, ähm. Jetzt, los. Zack, zack. Zack, zack. 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 wir haben den ersten checkpoint los los ich habe jetzt ich habe wieder den knopf du schaffst jetzt du hast geschafft was jetzt diesen knopf drücken machen jetzt mache ich diesen weg für david war macht leiter du brauchst du muss immer ein knopf drücken damit du diese leiter muss so diese leiter dann macht noch mal so oben und jetzt musst du so welche nicht so schnell und ich bin mach die tür auf ja wir sind da checkpoint und da ist ein laser kommt schnell bevor der leiter kommt jetzt wir haben es geschafft und da wie ich bin fast runtergefahren wegen wir heute bist du guck den knopf hier ist nix oder ist bei dir kann ich hier durch nein du kannst nicht durch ich weiß muss ich auch hier hin einfach kann auch hier einfach hin verstehe ich nicht glaube ich bisschen verpackt oder so okay du gehst diesen weg ich gehe diesen da war gar kein weg ich hab ich hab's nicht gesehen so schnell 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 sag jetzt du so 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 wieder zurück los schnell sagt du noch diesen weg so ich muss und jetzt kannst du gehen einfach wir sind zu gut wir sind nicht 50 wir haben es geschehen wir haben es geschafft du musst auch da hoch da bin ich da oben warte ich mich kommst du dir wir müssen das zu weit machen da will ich schaffe gut ich gehe da hin ich dachte du machst aber hast du nicht gemacht ich mach dir die leiter an komm hoch jetzt sind wir schon bei orangen wie kommen wir hier durch warte warte einer muss hoch und dann macht jemand ja hier guck jetzt kann ich die mauer aufmachen warte 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 da ich brauch deine hilfe du musst hier du musst da hoch oder ich muss da hoch warte 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 nein du musst es auch richtig machen bitte 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 nein 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 so sagt also ich muss auch ein button drücken wo ich wie ich sagt gedrückt habe ist der button weg du musst wieder button drücken das ist wie bei squid game das ist wie bei squid game hey david Ah, man. Zack, 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 zack. Wie durchgespielt. Nein! Oh, man. Wir schaffen das. Nein! Man nimmt aber noch ein Ende. Beim Ende ist es durchsichtig, David. wir müssen das zu zweit machen jetzt komm am ende können wir nicht ja dann das dann das ich bin ich hatte auch nicht los schnell nein also zu früh nein okay go go nein oh 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 ja 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 ich habe eine idee ich habe eine idee komm 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 wir machen beim ende das einfach wie auf der anderen seite da guck es funktioniert go 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 Halloween heißt. Wenn euch so welche Videos gefallen, dann lasst ein Like da und ein Abo. Und schreibt in der Kommentare, welche Obby wir welche Obby wir noch machen können. Und dann sagen wir Tschüss. Tschüss.